Leute, wir können das schon wieder lesen und ich bin sowas kaputt, also ich bin wirklich kaputt und ob das heute ein Video wird, dann weiß ich nicht, also Leute, ich bin wirklich komplett kaputt, also ich bin wirklich komplett kaputt, ich brauche eine Weile, bis ich wach werde und ich mache nicht so ein großes Video heute und ich mache einfach mal, ich bin komplett kaputt, also ich bin wirklich komplett kaputt, aber Leute, ich könnte mir gerne auf Instagram folgen und ja, ich bin, Leute, ich bin komplett kaputt, Leute, ich brauche jetzt eine Erfrischung, ich mache mir ein PC ich könnte es gar nicht, ich könnte, ich könnte ihr das gar nicht vorstellen, Leute, ich bin komplett kaputt, Leute, ich bin komplett müde, dann guck mal, ich bin kaputt, aber ich bin komplett kaputt, Leute, ich bin komplett, also wirklich deswegen, also deswegen kommt nicht so ein großes Video, aber ich bin, ich bin auch, ich bin komplett, also am liebsten möchte ich weiterschlafen, aber ich möchte, ich möchte, ich möchte ich kann nicht mehr reden, also ich kann nicht mehr reden, ich kann nicht mehr reden, ich kann wirklich nicht reden, also was soll ich reden, also es macht auch keinen Sinn und ich möchte, ähm, wieso mache ich Video für, obwohl ich müde bin, warum mache ich Video, wenn ich müde bin, Leute, ich weiß auch nicht warum, aber ich bin komplett müde, ich möchte, ich, warum bin ich jetzt aufgestanden, weil ich möchte, das Video, also ich möchte, das Video drehen, und ähm, ja, also ich kann nicht mehr reden, und ähm, ja, ähm, ja, machen wir so, gibt es mal einen Daumen hoch, und ja, ein Like da, und wenn dir das Video gefällt, dann gibt es mal einen Daumen hoch, und ja, Leute, wenn ihr noch nicht was ein Abo dafür ehren, dann macht ihr jetzt die Glocke aktiviert, dann erfährst du eben eine neue Benachrichtigung, wenn kommt das neue Video, oder in welchen Uhrzeit kommt das Video, würde man sagen, kommentieren, auf YouTube, und dann seid ihr in den nächsten Video gegrüßt, hoffentlich hat es euch gefallen, und schönen Morgen, wo werden wir bis, und schönen Freitag, und tschüss.